yo moinzen zusammen und willkommen zur mittlerweile dritten folge zu dem netten unturned let's play und ich muss mich mal entschuldigen in der ersten folge hat irgendwie einen kleinen namensfail gegeben ja scheiss drauf ist nicht so wichtig ja gut ich habe hier schon bei mir hat gefunden frise ist abgekackt er musste gehen der hat noch einen termin mit konzert glaube ich hatte gesagt und er hat nichts gesagt dass ein scharfschützen gehe gefunden hat ist verreckt und jetzt habe ich sein gewinnt mit 20 fach zu ihm das beste zum was man haben kann hey das ist ein start dann könntest du ja bei mir zu mann wenn du bei mir die leute weil ich theoretisch schon wenn du in meiner nähe wärst bin und ich würde müssen jetzt erst mal ein lager aufstellen weil ich habe so viel scheiss bei mir ach guck mal habe ich das jetzt vorhin gestorben die leuten jetzt geläutet ja bei mir bei mir jedenfalls nicht okay dann muss ich kurz weg bin gleich wieder da okay schnell alleine cannot lift ich kann sich hochheben da ist irgendwas zu schwer hallo habe ich schon den sound gemutet da ja jetzt disconnected ist er nicht wie sie sich konnte er hat schnell besuch bekommen von einer mama oder so ich habe keine ahnung natteläuchtsprämonition ein licht dins da wer ist das schon wieder mundungsfeuer bremmen ein kann ich hier nicht dran machen scheiße aber bei ihm kann ich dran machen flasche da so wunderbar für was habe ich beim scharfschnitzen gewähren in der dings taktik leid dran keine ahnung ein unterbruch schnell ich guck mal ob er wieder normal da ist moment so hallo ich bin wieder zurück ähm unser lieber kleiner lookmaster musste schnell äh hat schnell gemutet weil er da besuch bekommen hat ich musste schnell den server rein starten von dem her sind jetzt wieder zombies hier die mich gerne zu hackfleisch haben würden weil ähm er hat plötzlich aufgehangen das spiel aber jetzt bin ich ja wieder da das heißt und ich werde jetzt weitermachen und da die ziehe äh die military bullets aufsammeln auch die schrub munition obwohl ich die nicht gebrauchen kann dann habe ich das zeug wieder auf und ich muss ihn was haben um mich zu verarzten und das eigentlich recht dringend und er hat mich gesehen ne stirb stirb so bei mir gibt es halt etwas längere folge alter stirb gleich ich muss schießen ich muss schießen weil ich habe keine andere wahl mehr ich habe so wenig ähm lebenspunkte dass ich mich jetzt einfach mit allem wehren muss was ich hab und das ist halt eben auch mein schönes gewehr hier so hallo wieder ja muss noch mal ins spiel kommen bei mir ist äh was nicht gut gelaufen dann ist zusammen geklappt ja und bei mir leider auch ich muss hier leider momentan auch abbrechen da es irgendwelche störungen beim computer gegeben hat ich bin schon wieder voll in der aufnahme ich habe schon mal ohne dich gestartet ja dann wünsche ich dir noch viel spaß aber du musst gehen ja leider ok dann mache ich die folge hier noch schnell alleine im teilchen und dann mache ich das auch Ende dann bis nächstes mal ja dann genau und tschüss tschüss so das bedeutet ich bin jetzt noch ganz alleine hier der kleine nerf ist ganz alleine und er schlittert schon weil er so schiss hat da machen wir das rot licht drauf dann mache ich hier nämlich bei dem hier das sechsfach zum scope drauf darf ich einfach nicht mehr runter fallen jetzt bin ich am ach schon das übelst jetzt von der übelsten sorte was man mir lebt jetzt gerade probieren mal das scharf schützen gewähr kommen wir auch mal zu schloddern gut ihr hört schon das ist ein krasser unterschied bei uns jetzt seine aufnahme es war erst die dritte partie er glaube ich habe gerade ein riesen durcheinander aber ihr seht schon das kann auch probleme geben hier bei uns dass das ist jetzt einfach blöd gelaufen heute sie haben das geplant gewesen aber dann kann ich immer gewinnen das hat sonst doch haben sonst noch die leute bemerkt da gehe ich schnell hoch weil jetzt sitzen die dann hier unten dran wow da habe ich jetzt noch nie gesehen ein holographisches ne nicht nachladen du dummer idiot ähm holographic dann kann ich drum das red wegwerfen dann kann ich drum die munition hier wieder aufsammeln guck dir euch die kleinen schmarotze an bleib stehen du kleiner schmarotzer du auch kommt schon der nächste angekrabbelt hier doch zweimal in der dreimal in den rücken ich glaube es waren alle oder ich darf einfach nicht runter jumpen ansonsten bin ich mauset erledigt aber ich höre gerade nichts während von zombies oder sonst irgendwas solche was haben wir denn hier und bandage 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 ich glaube ich bin niemanden aufgefallen bis jetzt die nato ich schwerf die nato weg kann ich diese bandage nehmen wenn ich die equip und dann kann ich auch eine leiter nehmen weil die leiter ist jetzt fast wichtig als magazin mal magazin kann ich nachfüllen der leiter nicht dynamit lasse ich erstmal noch hier weiß ich noch nicht ganz genau wie ich das benutzen soll kann werde möchte so jetzt habe ich die große aufmerksamkeit auf mich gezogen jetzt werde ich gerade schnell beliebt mit meinen waffen dann jetzt schon die zombies mögen mich gerade viel mehr wenn ich waffen benutze scheiße hallo es ist eigentlich schade die munition für das zu vergeuden verdammt ja so schnell sagt man es und schon ist es passiert ich muss die achs nehmen in der hoffnung dass ich nicht allzu schnell sterbe so zombies killen geht ja immer ep wie ihr bei mir schon erfahren habt ja das ist eigentlich alles was ich sagen wollte tut mir leid mein hals ist auch gerade ein bisschen naja ein flash wieder dann können wir hier ebenfalls an dieses gewehr dran basteln basteln dann passen und dann ja so was haben wir hier denn mobile striker das ist das was ich habe painkiller das ist für verrottete sachen sandbags das glaube ich klar dass es ist ne sleeping bag was haben wir hier noch sonst noch so zu zu gaunern sie nach einem pack aus bandage aus bandage 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 was werfen da weg für die bandage ich habe so viel dabei ich weiß gar nicht was ich wegwerfen sollen turnpolt rail ja komm braucht kein schwein dafür die bandage die brauche ich so so habe ich das umgeworfen das ding ähm ja gehe ich mal noch hier hoch dann würde ich sagen ist der partner auch schon gleich mal beendet alles back ist der größer oder ist er kleiner ja ich glaube das ist was größer ich würde mal sagen wir probieren einfach mal an ja der ist der größere noch jetzt habe ich jetzt habe ich erst den größten im spiel ähm das wäre noch nicht ich könnte ich den mitnehmen für die anderen weil sie sind jetzt abgeschissen und ja brauchen neues material daher passt der super hinein hier noch schnell noch schnell hier war ich glaube ich noch nicht drin doch ich glaube schon ich mache jetzt das weiße cooles ein green glow stick und dann löff ich so hoch der hat hier muskelkraft der ist ja krass tück 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 so aber jetzt würde ich auch langsam beenden aber für das gehe ich ähm in den turm mit diesen turbulenzen beende ich jetzt auch hier und ich sage euch danke fürs zugucken hier ist noch der militär stürzpunkt vom weitem gesehen ähm ja ich hoffe ich habe im nächsten paar auch wieder dabei ich werde mich riesig freuen auch mit den anderen zwei wieder und dann bis denne tschüss und sorry wegen dem Problem die es jetzt gab und da kommt noch ein Zombie angelaufen was willst du? Scheiße Leichtspur vergeud ich jetzt doch nicht also bis denne tschüss